Wen magst du grüßen? Also, ich grüße die Arten. Also, ich grüße die Arten. Also, ich grüße die Arten. Super! Und doch noch deine Freundin grüßen. Ich liebe diese Arten. Ich bin ein richtig starker Löwe. Ich liebe dich. Ich komme wieder heiraten. Und ich bin mir sehr freund. Super! Soll ich noch was sagen? Ja. Du bist nur Franz. Hey, ich bin der Martin. Ja. Magst du auch noch Früße ausrichten, irgendwer, der daheim geblieben ist? Ja. Ich bin mit Jana zusammen. Fünf Jahre. Fünf Jahre schon. Mhm. Und Jana hat die Daumen festgestellt. Super! Das heißt, du bist Dormann, oder? Ja. Jawohl. Und ich liebe Jana. Sehr super. Das ist toll. Schöne Grüße nach Hause. Schöne Grüße noch nach Hause. Und viele Grüße an zu Hause. Super! Hast du auch noch irgendwas von der Mannschaft? Ja. Hallo an alle, die in Deutschland geblieben sind. Wir haben die ersten drei Spiele jetzt gehabt. Das erste sehr gut geboren mit 2 zu 0. Das zweite zwar zeitgespielt, aber das dritte jetzt einer Fanore gegenzeichnet. Und ich begrüße alle, die da geheim geblieben sind. Und natürlich auch meine Freunde und beste Familie. Danke. Hallo. Cool. Danke dir. Cool. Perfekt. Danke.